Wir bauen eine Wasserleitung mit unserem neuen Bruder-Kranwagen von Bruder FEA19. Der Kran wangst in ein super langes Rohr auf, viel schwerer als Grasöl. Ich habe vier. Hier passt die große, lange Kette. Bitte. Geliefert. Hier ist es. Eine weitere Stahlkette wurde geliefert. Sam, es muss ein Tieflader geschickt werden. Schon kommt der Mechenswander. Was ich? Was? Wir haben schon zwei LKWs mit den Wasserrohren beladen. Wir haben schon zwei LKWs mit dem Wasserrohren beladen. Wir haben schon zwei LKWs mit dem Wasserrohren beladen. Wir haben schon zwei LKWs mit dem Wasserrohren beladen. Wir haben schon zwei LKWs mit dem Wasserrohren beladen. Wir haben schon zwei LKWs mit dem Wasserrohren beladen. Wir haben schon zwei LKWs mit dem Wasserrohren beladen. Wir haben schon zwei LKWs mit dem Wasserrohren beladen. Wir haben schon zwei LKWs mit dem Wasserrohren beladen. Wir haben schon zwei LKWs mit dem Wasserrohren beladen. Wir haben schon zwei LKWs mit dem Wasserrohren beladen. Wir haben schon zwei LKWs mit dem Wasserrohren beladen. Die Rohre sind zu schwer für den anderen Kran, der aufgestellt werden müsste. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Das ist an dem kleinen Stein. Aber jetzt können wir es hoffen wieder ab, nach Los und filmen. Es kommen immer wieder welche zu Baustellen. Da werden Rohre verlegt. Ich bleibe auf dem Rest von einer Einbaustelle. Und den Rest auch nicht. Da muss man... Dahinter läuft ganz viel Reifenspur. Soll ich dir zeigen, du kannst auch mal die Reifenspuren sehen. Und da haben wir noch Fisch. Da. Soll ich dir ein Wasser gebaut werden? Soll ich dir das? 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 Die Sendung. Soll ich dir das? so gut drauf fahren, weil es sonst so glutschig war. Da muss der Matsche schön überall gleichmäßig vertraut sein. Einen schönen Haufen hat er geladen und schüttet den jetzt direkt da drüber. Da ist der Matsche brei. Da muss der Matsche schön feiern werden. Norddeutscher Rundfunk Wie das ist weg, in der Zeit. Heute baue ich das Wasserflugzeug vom Klein-Lego. So sieht's aus. Das obere Flugzeug, das auf dem Wasser landen kann. Das sind zwei grüne Lichter. Guck doch mal. Zwei grüne Lichter. Und eine rote. Auch zwei rote. Komisch. Oh. Doch, das hat noch ein Licht von der Rung als Reserve. Guck doch mal. Eins. Cool. Sehr cool. Ist eigentlich schwer zu finden, aber ich habe für mich kein Problem. Okay. So. 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 Vielen Dank.